Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Ja, heute bin ich wieder zurück, eben hier von der Schiffsreise und ich war jetzt eine Woche unterwegs. Heute wieder das nächste Update hier zu BYD. Ist wieder was ganz Spannendes rausgekommen, möchte ich kurz und knapp darauf eingehen mit euch. Und dann schauen wir uns natürlich wie gewohnt den Jahreschart zusammen an. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne schon mal ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und um mich kostenlos zu unterstützen, würde mich natürlich mega freuen an dieser Stelle. Ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch direkt und zwar mit den aktuellsten Aktienews zu BYD beziehungsweise hier eben zu den Unternehmensnews ist was ganz cooles rausgekommen, eigentlich brandaktuell. Und zwar will jetzt hier BYD in Zukunft mit dem Startup Momentum zusammenarbeiten. Die kommen auch aus China und sie gründen jetzt hier eben einen Joint Venture für selbstfahrende Autos. Also für das autonome Fahren ein ganz, ganz spannendes Thema, wo BYD hier investiert. Und ja, somit gründen sie jetzt hier eben dieses Joint Venture mit Momentum. Kennt wahrscheinlich so noch keiner, ist auch ein eigenes Startup eben. Und sie sind aber hier Spezialisten im Bereich für autonomes Fahren. Genau, das neue Gemeinschaftsunternehmen trägte die Bezeichnung Shenzhen, die Pi Intelligent Mobility Technology und wurde hier vor drei Tagen, also am 26. November 2021 mit einem Stammkapital von insgesamt 100 Millionen Yuan gegründet. Es sind ungefähr 16 Millionen US-Dollar eingetragen eben. Und BYD investiert hier 60 Millionen Yuan davon, also sie halten 60 Prozent an dem neuen Joint Venture. Und Momentum stellt die restlichen 40 Millionen Yuan, somit halten sie einen Anteil von 40 Prozent. Und der Unternehmenszweck hier von dem neuen Joint Venture ist mit IoT-Anwendungen, Dienstleistungen, öffentliche KI-Datenplattformen, auch KI-Basis-Ressourcen und Technologieplattformen, KI-Software und auch die Algorithmen dazu und Entwicklung- und Quantencomputertechnologie-Dienstleistungen angegeben. Also alles, was so diese Hochtechnologie abdeckt. Sehr, sehr spannend für die Zukunft. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine richtig starke Zukunft geben könnte. Weiterhin haben sie noch neue Aufträge gemeldet, hier aus Spanien und Israel. Bei den Aufträgen geht es hier eben um Elektrobusse der neuesten Generation. Hier hat jetzt eben der Verkehrsbetrieb Transport des Metropolitanos de Barcelona 25 Elektrofahrzeuge hier eben bei BYD bestellt. Der Auftrag ist hier an sich das Ergebnis von der öffentlichen Ausschreibung zur Unterstützung eben des Strategieplans 2025, der so heißt eben, der hier eben den Ausstieg aus dem Dieselverkehr und einfach hier die Erneuerung der Busflotte einfach vorsieht in Barcelona, um da einfach ganz deutlich die Luftverschmutzung zu reduzieren. Deswegen hier auch wieder neue Aufträge und sie haben auch einen neuen Auftrag aus Israel bekommen mit dem Bau von 100 neuen E-Bussen. Also wieder ganz, ganz viel passiert eigentlich in der Woche. Deswegen heute auch wieder das Update zu BYD und auch das neue Joint Venture finde ich mega spannend und ich werde euch da auch immer auf dem Laufenden halten, sobald hier News rauskommen oder hier was Neues geplant ist. Auch die Aktie könnt eigentlich weiterhin kein Halten. Es geht immer weiter schön vorwärts. Wir hatten hier ein neues Allzeithochgebildet sogar in den letzten Tagen bei 36,31 Euro. Der DAX bzw. allgemein die Börse hat ja wieder einen kleinen, also wirklich einen kleinen Crash gehabt im Vergleich zum letzten Jahr. Hier ging es bis auf knapp 15.100 Punkte wieder nach unten. Wir kommen ja von ca. 16.200 Punkten im DAX her. Hatte damit zu tun jetzt mit der neuen Virusvariante, die ja aufgetreten ist hier aus Afrika oder Südafrika. Und da war wieder ein bisschen Verunsicherung da. Man hat so ein bisschen Szenarien befürchtet wie letztes Jahr. Ja, heute konnte jetzt aber der DAX sich wieder über 15.300 Punkten stabilisieren. Das war vielleicht nochmal so ein kurzer Schrei, sag ich mal, nach unten. Ja, Börser handelt ja wie gewohnt die Zukunft. Und ich glaube auch, dass so diese krassen Lockdowns, wie sie letztes Jahr waren, so in dem Sinne überall oder global gesehen nicht mehr kommen werden. Das wäre wirtschaftlich, glaube ich, gar nicht mehr tragbar. Es war aber so ein kurzer Schockmoment. Man konnte sich schon wieder leicht erholen. Denn BWD hat davon nichts gemerkt, ganz klar, weil diese, ja, einfach die Nachhaltigkeitsgeschichten und beziehungsweise hier auch die E-Mobilität natürlich eher weiter vorangetrieben wird und das Ganze auch im Technologiebereich ja nochmal befeuert, diese ganze Corona-Thematik. Und somit kann man jetzt sagen, hat vielleicht BWD davon im Technologiesektor gesehen zumindest profitiert. Rein im Autosektor oder Automobilsektor, wo BWD unterwegs ist, könnte es natürlich, wenn es zu Lockdowns kommt, wieder Auswirkungen haben, einfach auf die Auslieferungen, weil vielleicht Händler schließen müssen und so weiter. Das hätte dann schon wieder fatalere Folgen. Aber davon gehe ich persönlich jetzt mal nicht aus. Wie gesagt, auch die Aktie konnte sich soweit gut halten. Heute stehen wir bei 34,31 Euro, ein Plus von 0,35 Prozent zum Freitag. Und wir stehen weiterhin über der 50-Tage-Linie im kurzfristigen Bereich und über der 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr BYD weiter im Depot habt, ob ihr vielleicht aufgestockt habt, was ihr hier auch zu dem neuen Joint Venture sagt und ob ihr hier in Zukunft am BYD weiterhin glaubt. Weiter würde mich natürlich interessieren, welche Aktien interessieren euch. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich nehme es gerne in meinen nächsten Videos auf. Wie gesagt, fleißig unten reinschreiben. Freut mich immer über jedes Kommentar. Ja und das war es jetzt soweit von meiner Seite. Und wenn euch mein Video, mein Kanal gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und um mich kostenlos zu unterstützen. Würde mich natürlich mega freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.